Herzlich Willkommen zu Acht Roten Münzen. Hier kommt der Tag her. Wo ist es? Ich bin ein Zufall, die ich jetzt wieder ein. Ich bin ein Zufall. Ein Zufall, das ist ein Zufall? Ich bin ein Zufall. Ich bin ein Zufall. Man könnte sagen, ich habe ein untrüppbares Spiel für Geld. Vor allem für Bargeld. Ich kann weit sprachen. Wie mir das Geräusch auf die Eier geht. Damals ging es mir nie auf die Eier. Ich glaube, es ist nicht das Spiel, was sich verändert hat. Es bin ich gewesen. Ich glaube, ich habe einen kleinen gravierenden Pferd gemacht. Ich glaube, dass ich eine vergessen habe. Ja, ich weiß. Wie kriege ich eine vergessen? Ich muss noch mal so spitz und nachsehen. Das glaube ich nicht. Oh Gott. Ach so, die. Ja, okay. Die vergesse ich immer. Ich vergesse auch irgendwie immer die Tatsache, dass ich die vergesse. Ja, ich weiß. Warte mal. Ich habe ich nie drüber gesagt. Aber wir haben ja noch die gute alte Drecke. Die auf der Staunen sofort hochgeht, wenn ich den Staunen berühre. Und das finde ich super. Nachher finde ich auch so. Immer. Immer. Das ist nicht so. Das ist nicht so. Die ist geht. Obwohl, achten. Und das ist nicht so. Bauein Schnee. Darauf habe ich gewartet. Ah ja, Level 6 war benutzt in Ranschmeck. Da fuhre ich mich schon drauf. Wir wissen, was der Kader. Ich brauche einen Kopf. Ihr hättet euch bestimmt gefragt, warum springst du nicht einfach da runter? Sofort zum Kopf, da rollt das Teil vorbei. Das ist in der Spielmechanik fest verantwortlich. Ja, lauf gut, was? Ja. Immer bang. Schön, dass es keiner mehr größer geworden ist. Komfortabend umgeregt. Ach wunderbar. Schön, dass wir jemandem helfen konnten. Ich hoffe, das Mikrofon ist noch laut genug. Wenn nicht, dann... Ja, Pechkamp würde ich mal sagen. Also... fröhlich. Ja, guck mal. Ja, wow. Und da war ein Spiel. Dieses kacknervige Lied aus Frozen. Ich habe auch nur davon gehört. Das sind so Sachen, da hört man immer von. Weiß aber selbst nicht, was genau gemeint ist. Nein! Was war das? Ja, die Musik, sie bringt mich zum Weißboden. Bringt mich eigentlich nicht, ich sag das einfach nur so. Warum? Ja, wenn Mario spielen, stellen wir uns die wichtigen Fragen des Leeres. Ja, jetzt existieren wir. Und, na endlich! Ja, 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 ja. Oh, ich mache die Kanone abschlussbereit. Ja, aber schön. Ah, kann ich einfach da runter jump? Ja, ich bin bereits. ja dann ein schuss wenn ihr auch erst mal verkackt damit war nicht garantiert immer ich schieße so cool nicht gegen den zahlen tschüss Ich hätte auch Leroy Jenkins schreien können, um seine Heizgeführung zu machen. Die Stelle ist widerlich. Ich kann die Kamera nicht verstehen. Vorsichtig! Leroy Jenkins. Na ja, das geht doch. Das ist wundervoll. Denke an den Wandsprung. Halt gemacht! Ich muss immer an den Wandsprung denken. Ich will nicht. Ich will nicht. Da stehen. Kuss verlassen. Ich glaube, das wäre es dann gewesen. Cool. Ciao. Ciao.